Schönen guten Tag allerseits. Ich möchte gerne ausprobieren eine neue Funktion des KI-Video-Generierungsprogramms, das nennt sich HeyGen. Die neue Funktion bedeutet, dass man meine Stimme übersetzen lassen kann und dann bin ich plötzlich mehrsprachig, obwohl ich das Ganze nur einsprachig aufnehme. Und auch mit der Lippensynchronisation soll das angeblich funktionieren. Also ich bin schon total neugierig, ob das auch wirklich klappt und wie das Ergebnis dann aussieht. Viel Spaß! Das neue Edition ist eine große Anerkennung in der Technologie, um die User zu hören, in verschiedenen Sprachen zu hören. Es ist eine spannende Entwicklung, die neue Möglichkeiten für Kommunikation eröffnet. Und plötzlich bin ich multilingual, obwohl ich nur den ganzen Prozess in einer Sprache dokumentiere. Vielmehr ist es auch zu funktionieren, mit Lipp-Synchronisation zu funktionieren. Deshalb bin ich wirklich interessiert, ob diese Funktionierung wirklich funktioniert und was der finalen Outcome wird. Have a great Zeit! Tschüss. ...